Also, ihr habt euch entschlossen, ein Video zu gucken. Nicht nur Text lesen, Bilder schauen, sondern auch das bewegte Bild. Super, bitteschön! Ich bin seit mehr als 20 Jahren Moderator und schon in der dritten Generation als Sprecher unterwegs. Eine Hochzeitsrede für euch zu halten heißt, ganz tief in eure Privatsphäre einzutauchen. Dazu braucht es Vertrauen und ich hoffe, das bekomme ich. Wenn dem so ist, freue ich mich auf eine tolle Hochzeitsfeier und eure Kontaktaufnahme. Bis dann! Ich bin seit mehr als 20 Jahren Moderator und schon in der dritten Generation als Sprecher unterwegs.